Wir werden die Macht übernehmen. Die ganze Macht. Hitler kommt nach Köln. Du musst ihn empfangen. Ich denke nicht dran. Weißt du, ich hab lieber einen Erfinder zu Hause als einen Oberbürgermeister von Hitlers Gnaden. Ich hab heute die Liste gesehen. Ihr Name ist ganz oben drauf. Sie müssen hier weg. Sofort. Und ich spreche sicher im Namen der meisten, wenn ich Herrn Dr. Adenauer als Kandidat für das Amt des Bundeskanzlers vorschlage. Herr Glopke hat 1936 den juristischen Kommentar zu diesen furchtbaren, diesen Rassegesetzen geschrieben. Sie können einen solchen Mann nicht zum Chef des Kanzleramtes machen. Du liebst die Menschen nicht. Wie auch. Nach allem, was passiert ist. Die Sowjets können uns jederzeit überrennen. Wir brauchen diese neue Wehrmacht unbedingt. Die Lare war noch nie so ernst. Die Meldung aus Berlin. Sie scheinen den Ostdektor komplett abregeln zu wollen. Das Brandenburger Tor ist zu. Die Berliner brauchen sie doch. Deutschland braucht mich. Der Wahlkampf geht vor. Wir müssen die Wahl gewinnen. Kinder, ruft alle zusammen. Das wird die ganz große Story. Es gilt jetzt nur noch eins. Der Alte muss weg. Ich bin Kanzler und ich bleibe Kanzler. Ich lasse mich nach erfolgreicher zwölfjähriger Tätigkeit nicht so einfach vor die Tür setzen. Ich bin Kanzler und ich bin Kanzler und ich bin Kanzler und ich bin Kanzler. Ich bin Kanzler und ich bin Kanzler. Ich bin Kanzler und ich bin Kanzler.